Ah, ich hab keine Fakken mehr. Noch Holz einstücken? Natürlich nicht. Meinst du, wenn ich so vier Akazien-Settlings setze, dann erwächst so ein Viererbaum? Ne, Akazien nur das Einzel. Hörischig enttäuschend. Also, das ist meine Erfahrung. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich setz mal hier bei der alten Farm mal ein paar viele Saplings. Die Bäume werden auf jeden Fall gefällt. Weil ich will die mit großem Abstand abbauen. Mit ganz großen Stücken. Mag Disability A tranquillisch! Alter, zum Glück war das Loch nicht tief. Willst du den Steak safe so klein lassen? Was willst du klein lassen? Den Steak safe so klein? Du, ich hab nur erstmal so ein bisschen abgerissen, weil ich das nicht wusste. Das war nur als Reste sozusagen erstmal noch übrig. Okay, alles klar. Wie findest du denn von da, wenn du mal rüberkommst? Ja, war viel viel besser. Willst du Slimes? Ja, 30 Stück in der einzelnen Truhe gegenüber von der Musikbox. Habe ich damals mal extra gefarmt, weil ich die Weizenfarm wegmachen wollte, dass das dann halt mit Steinen geht. Aber das war mir vorhin zu viel Arbeit. Achso. So, jetzt bräuchte ich aber bei einer... Also kannst du hier ruhig ein paar nehmen. Mh. 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 Wenn du jetzt doch so schnell abbauen könntest oder was? Dann wär geil. Oh, ich glaub die Bäume hätt ich da gar nicht Pflanzen brauchen, ich hab so viel Holz. Hast du Dirt einstecken? So nen Steak? Mh. Okay. Fuck. Habe ich schon nen Trank umsonst getrunken. Egal. Hinten. Ein hoch auf Elrods Bahn. Hmmm. Hinten. ich kann jetzt das schiff mit ein bisschen tiefgang bauen dass wir ein lager laderaum bauen können dann brauche ich doch ein bisschen mehr holz bb welcome back also wenn du schwarze farbe suchst ich habe gesehen hier in der kiste am steg hat der tom ein bisschen was drin wow was ein move blue kassel wirkung sind noch höher der turm oder reicht hier von der höhe dann würde ich da oben würde ich jetzt die gruppe aufbauen warte ich bin gerade unter wasser ach so dann mach erst mal zwei nacht ja ich würde dir noch ein weißes und ein rotes höher machen wenn du hast wenn du kannst aber nur wenn du hast und kannst weil ich glaube dann ist es hoch genug weil so hoch sind ja so leuchttürme eigentlich nicht ein oder zwei also ein weißes und ein rotes und dann dürfte es passen und dann noch das dach umrufen also das dach kommt ja sozusagen auch nochmal so sechs felder hoch noch dazu wenn du noch mal zwölf blöcke hoch sind wie du jetzt sagst ja ja falsch du leckst ein bisschen echt sorry scheiße jetzt habe ich schon wieder vergessen mein zettel der 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 das der das jetzt hier mit dich hin zu kriegen wird schwer alter Ich probiere mal, wie ich damit komme. Dann werde ich erst mal später. Dann werde ich erst mal vorbeigetreppen. Slapsing. Ein paar fucking brauche ich. Zwei, drei, vier, fünf. Oh. Geil. Ich habe mich doch nicht verzählt. So. Holzfalltür. Oha. Bitte was? Holzfalltür. Ja. Wenn ich da sechsmal diese Stöcker hinbaue, gibt es kein Soundstück. Soll ich eben noch so eine Leiter machen? Ja. In den Leuchtturm machen wir ja nicht viel weiter. Dann kriege ich doch wirklich eine Leiter an der Wand hochziehe. Ja. Ja. Aua. Jetzt habe ich Schaden gekriegt. Von was? What the fuck? Du machst links und rechts in der Workbench. Also ganz links außen und rechts außen unteres und mittleres Feld Holz. Und in der Mitte machst du Stöcker. Ja. Warte zu. Ja. Top. Habe ich. Ich habe das mittel, äh links und rechts. Warte, schick dir das mit. Oh du mir was schickst, schick ich dir das. Oh, ist so ein Scherp. So, guck in die Kruppe. So machst du Zahn. Und genau entgegengesetzt in der Mitte das Holz. Noch. Ähm schlafen, du läckst immer noch. So. Äh entgegengesetzt. Äh entgegengesetzt. Äh. 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 Deine Relan wieder. Mal neu starten. Boah. Ich bin fast runtergefallen. Achso. 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 Warte, ich blitzen. Achso. 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 Mal neu. Achso. 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 Ich bin fast planst. Äh. Alter, was ist da los? Die ist doch schon beendet So Dann Uh, da verstopft Jetzt soll ich mal alles noch ins Lager mitnehmen Da vielleicht noch Das kann ins Lager Dann kann das ins Lager Das verhalte ich mal Nee, es kommt auch ins Lager Ein Lagergang Ich glaube ich bin zu tief Egal, es gibt halt ein großes Lagerraumschiff Scheißegal jetzt Sau oder Sau oder wie war das? Hä? Oder was? Was machen Sie eigentlich, Herr Franz? Ähm Ich stehe eigentlich nur rum Das kennen wir ja Das kennen wir ja von Arbeit Hä? True story? Nee, da sitze ich eigentlich Hast du so einen schönen Tisch wie, oder? Hä? So einen elektrischen Ja, das ist eigentlich ganz angenehm so ein Ding Ja, warte, mal zwischendurch mal stehen, ne? Könnte man sich dran gewöhnen Ich kann seinen Tisch hochfahren lassen Na klar Mein Tisch geht auch immer hoch, wenn ich da rangehe Ich kann meinen Tisch elektrisch hochfahren, ja Das ist ein Bug Was dann? Der Tisch? Nee Wenn ich zum Tisch gehe Geht der hoch ein Stück und wieder runter, wenn ich weggehe Das ist wahrscheinlich ein Bug, ja, am System Oder er denkt sich so, oh Geier, komm, gleich mal trollen Eigentlich ist es mir scheißegal, wie das Wasser unter Wasser aussieht Ja, das Wasser WTF? Das Boot unter Wasser aussieht, ne? Das muss ja nur in der Oberfläche Könnt ihr jetzt was sagen, aber ich schlafen Ich will nicht zu hart reinflamen 1, 2, 3, Scheiße Guck mal so Deine Akazien sind gewachsen Nice, danke Wärts sie gleich weg machen Brauch nämlich gleich wieder So, na Dann soll ich da hoherzeitig ankommen Dann muss sowieso gleich neue Tränke brauchen gehen Obwohl, Tom, du hast da nen Helm, oder? Ja, der hält nicht so viel länger, ne? Hält er nicht unendlich? Nee, nee Oh, nee, okay, dann mach ich mir lieber Da hast du mit dem Trank mehr davon So, aber ich würd doch langsam abgeben wollen Ja, warte Ich will erst einmal Weil ich hab schon 2 Stunden Und hochstag auch Und trinken jetzt auch alle Ja, ich würde gerne Bevor du abgibst Erstmal ne Runde laufen Mit Aufnahme Gucken ob das läuft Und dann angucken Bei Minecraft, ne? Weiß man ja nie Ubi ist Achso, dann muss ich ja jetzt Musik ausmachen Ooooooh 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 Ich fix das jetzt Handy Kopfhörer Fuck off, man Einen Stöpsel schieb ich mir auf jeden Fall ins Ohr, ey Ja, also von mir aus Können wir tauschen Warte gleich los Ich mach jetzt erstmal das zu Ende hier Ja, das ist gut Da kann ich mir mein Döbel ins Ohr hauen Oh, da hör ich ja nur links was Das hört ich ja auch scheiße an Naja, egal So, wo hab ich denn jetzt hier Spotify da Warum Da Hehehe Ja Geht mit dem Weg machen Auf grünen Erde Rechts klick mit dem Schaufel Ach mit der Schaufel Ah, also Können wir mal einen Gefallen tun und bei Minecraft bei Mojang an Bug Report schreiben Und dein, äh, Tool kaputt Ich, ja Eskalier hier noch irgendwann Also von mir aus Ja, Leute, ich bin jetzt von meiner Plattform gleich fertig Er ist ja Erst stresst er rum, ja Ich will gerne abgeben, du bist Warte Und dann Warte noch 100 Jahre, Mama Ne, warum nicht Ja, doch Uh, das war knapp Du hast fast runtergefallen Ich bin runtergefallen Aber ich hab zu dem Glück Federfall Wär nur verdient gewesen Deine Mutter Ich glaub so viele Akazienbäume Branche nicht mehr Die können weg die Saplings Wann hast du hingekriegt mit den Zäunen? Ja Okay Du hast bestimmt gerade andersrum gehabt oder so, ne? Ich hab's immer für den Vicky stehen Der schwitz mit 6 Stöckern Naja, das ist ein altes Vicky Das ist ein altes, das ist falsch Das war früher so Aber seitdem die das eingeführt haben, dass du das mit mehreren Verschiedenem Holz machen kannst, haben die das so gemacht Dann Ja, ich wär soweit Ja, dann Alles klar Jo, nächste Aufnahme Oder geht gleich weiter, seht ihr die Sicht von Blue Also bis gleich Tschüüüüüüüü